Moin, hier ist eure Nina G. Ich bin, wie ihr seht, am Stall und evakuiere gerade die Futtereimer. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum die hier auf diesem Bedampfer stehen müssen? Ja, ich bringe sie in Sicherheit, denn wir haben ein kleines Rattenproblem hier auf Badalbadi. Immer wenn ich in den Stall komme, huscht es irgendwo und ich sehe die Viecher auch. Also ich glaube, es ist eine. Ich habe sie Steve genannt und ich bin einfach auch der Meinung, Ratten haben durchaus ihre Berechtigung zum Leben und ich finde sie jetzt auch nicht super eklig oder super störend. Nur unser Steve richtet hier auf unserem Hof doch einiges an Schaden an. Am liebsten frisst er von den Pferden die Leinsamen, die da drin sind. Wenn ich komme, ist aus dem Futterlamm genau die Leinsamen verschwunden. Er hat auch schon mal einen Futtersack angefressen, der nicht mehr in eine Futtertranne reingepasst hat und den Inhalt in der Sattelkammer verteilt. Und auch meine Futtermöhren sind im Winter von Steve deutlich reduziert worden. Und so langsam möchte ich da doch entgegenwirken, aber eben nicht mit einer Lebenfalle, weil da würde Oma durchdrehen. Nicht mit Gift, das kann ich nicht leiden. Und auch nicht mit diesen typischen Rattenfallen, die das so sofort töten. Das ist nicht so mein Fall. Und deshalb haben wir beschlossen, dass wir hier auf Badalbadi wieder eine Katze brauchen. Unsere frühere Hofkatze, die Jali, ist ja seit einigen Monaten von einem Tag auf den anderen nicht mehr nach Hause gekommen. Wer uns auf Instagram oder Facebook folgt, die Links findet ihr gleich hier, der hat das auch mitbekommen. Und so langsam haben wir doch die Hoffnung verloren, dass sie nochmal nach Hause kommt, weil es jetzt einfach schon mehr als ein Dreivierteljahr her ist. Und wie gesagt, Steve ist ja nicht unser einziges Problem. Ich habe ja auch auf meinen Weiden immer mal wieder Wühlmäuse und Maulwürfel und auch dafür wäre eine Katze, die ihren Job gut macht, super geeignet. Und ja, deshalb haben wir uns wieder eine Katze geholt. Ich zeige euch eben, wie unser neuer Kater, Kali, bei uns eingezogen ist. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.